Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt's mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Bad Moms J, Leute. Soweit auf 18, soweit ich das richtig verstanden habe, der Song Supernova, rausgekoppelt als Single. Signal auch, Move auch, Thall auch, das heißt vier der sechs Lieder, die wir hier sehen, sind schon draußen. Wir reagieren heute auf Lights Out und dann reagieren wir noch im nächsten Video auf, ich bin raus, Ice Cube, ja. Okay, bin ich mal drauf gespannt. Zwei Songs, auf die wir noch reagieren, ballert mir immer gerne Vorschläge rein. Let's go, Alter. Ich hab unnormal Lust jetzt, die letzten beiden Lieder noch abzuchecken. Okay, so, das geht, ach, hier steht sogar hier, ich bin auf dieser unterwegs, ich bin nicht so der Spotify-Typ. Und ja, hier steht, wie lange das noch geht. Maxi, ich muss keinem was beweisen, denn auch wenn die Lüchte aus sind, bleibe ich die gleiche. Okay, wir haben schon gehört, Produces ist das Ganze wieder bei Maxi, sowie auch die ganzen anderen Lieder von ihr. Ich wollte gerade was sagen, ich hab's gerade aber leider vergessen. Aber ich glaub, es geht mehr in so eine aggressive Richtung vom Anfang, vom Beat her, kann ich mir gut vorstellen. Leute, ich hoffe, ihr hört es laut genug, Alter. Ich mach mal kurz, warte mal. Ich muss das ein bisschen hier lauter machen. Auf YouTube ist 50% mit den Kopfhörern zu laut. Ich muss keinem was beweisen, denn auch wenn die Lüchte aus sind, bleibe ich die gleiche. Deshalb sind wir draußen. Lights, out, ey. Lights. Boah, was war das? Uhuhu. Mit dieser Übersteuerung im Beat. Abo, gib mir fool. Gib mir bitte 100. Alter. Boah, Fighting with the Devil. Ich kämpfe gegen den Teufel für einen Platz im Himmel. Das Englische hat gerade irgendwie gut reingepasst. Ich weiß auch nicht, hat irgendwie gut reingepasst für den Einstieg hier. Aber diese Übersteuerung mit dem Beat gerade. Uhuh, zu nice. Zu nice. Dreh noch einmal eine Ehrenrunde. Kämpferherz so wie Rocky. Bei mir gibt es keine Märchenstunde. Based on a true story. Mittelfinger-Shorts sind die Gangs-Heights. No slowdown on the red light. Am Telefon meiner ANR. Einfach Jordi bist du da, doch ich heiße mit 17 Jahren auf die Dead. Boah, Junge, was macht sie da? Sie flaut einfach komplett durch. Nice. Boah. Lass mal nochmal ein Stück zurückgehen. Diese Stelle will ich mir... No slowdown on the red light. Diese Stelle will ich mir nochmal richtig geben, Alter. Wie sie einfach komplett einfach so in den Flow-Wechsel reinhaut und einfach schneller rappt als... Was weiß ich was. Oha, Junge. Einfach, einfach sie baut hier. Ganz kurz Stop rein. Mailbox kommt. Ich mag das einfach zwischendrin in einem Song, wenn da einfach irgendwas reinkommt, was unerwartet ist. Und das war gerade so echt wie unerwartet. Jordi. Und jetzt bitte halt einfach die Fresse. So, hier ist die Mobilbox von... Jordi. Und jetzt halt bitte einfach deine Fresse. Hater, meine ich seid zu jung dafür. Doch glaub mir, Mann, ich könnte Bücher schreiben. Dieses Herz jetzt nicht unberührt. Stress wird reinleben, muss nicht übertreiben. Boah. Junge, ich kann nicht so rumschreien, aber wie geil ist das mit dem Beat und ihrer Stimme. Lass jetzt wirklich was drauf. Zum Glück haben wir sie noch abgecheckt, Alter. So, ich hab dir das noch in die Kommentare reingeschrieben, weil ich hatte sie ein bisschen später auf dem Schirm. Nice. Nice. Ich kann mir einfach sie auf diesem Beat mit Luciano so krass vorstellen, ne? Ich hab gerade... Ich kann sie mir so krass mit Luciano vorstellen. Ich sag mal so, Luciano und Zwang mit Shirin gemacht. Ne. Luciano und hätte mit Bad Moms J. Tausendmal besser. Boah, Junge, ich... Ah, dieser Beat, ne? Maxi, was hast du da gemacht? Boah. Geil. Geiler Beat und geil, wie sie über diesen Beat rappt an dieser Stelle. An der Hook einfach. Gefällt mir gut. Also der Song gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, Digga, jetzt macht sie komplett den Übergang, wo sie einfach hart rappt auf melodisch Gesang mit hoher Stimme. Kompletter Wechsel. Wechsel sind immer gut, Digga. Da wird der Song nie langweilig. Nicht mehr up to date, wie du heute die Welt siehst. So stop your hate, please. Wenn du dich selbst liebst. You in love with JJ. Bin es halt voraus. Auch in a day date. Arsch wie ein Playmate. Alles gut. Boah, Junge, was macht sie? Digga, stell dir vor, sie rappt hier einfach komplett hart und einfach richtig schnell. Und dann hier mit einer tiefen Stimme, dann da mit einer hohen Stimme und auch in gesangliche Richtung. Und jetzt, sie rappt einfach wieder tief, aggressiv, spontanen Wechsel. Immer gut. Junge, ich hab gar keinen Bock zu pausieren. Gar keinen Bock. Aber ich muss leider. Junge, ich will immer wieder zurückgehen. Immer wieder zurückgehen. Ich würde mir den Song auf jeden Fall in voller Länge wieder geben. Auf ganz entspannte Basis. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ich muss. So. Siehste? Einfach komplett wieder Wechsel. Einfach hier wieder ganz andere Stimme. Ganz andere Beat. Verschwinde einfach komplett. Hier sind so plötzliche Wechsel drin. Aber plötzlich wirklich. Nicht mit so leichten Übergängen oder so. Nein. Direkt. Und es fühle ich einfach komplett. Die Stelle finde ich richtig nice. Und dann BAM. Wo der Beat dann voll wie eine Punch auf dich zukommt. Jetzt. Also die Stelle jetzt. Da ist hier so der Ohrwurm gesetzt. Dieses Lights out. Ey. Wo sie das in der Pre-Hook sagt. Und dann in der Hook nochmal wiederholt. Das ist sehr sehr nice hier. Ja Digga. Hat sie abgeliefert. Und kann man nichts anderes sagen. Sie hat abgeliefert. Was ein Beat. Was ein Flow. Was eine Stimme. Ich hoffe jetzt war nicht zu leise oder zu laut. Ich habe keine Ahnung. Alter. Okay Leute. Auf jeden Fall. Warte. Ist noch ein bisschen Beat abgespielt. Ja Leute. Das war die Reaction auf Lights out von BadmomsJay. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Würde mich auch nochmal freuen. Mach's gut Leute. Haut rein. Und ciao. Ciao. Ciao.